So, wir spielen ja zwei Abteilungen heute Abend und wir werden noch eine Nummer spielen und das nennt sich Freak You. Das ist eine Komposition von deinem eigenen, von unserem CD License to Fuck. Aber wir kommen natürlich zurück. Wir spielen ja sehr, sehr gerne viel mehr Musik, weil wir sind Fuck-Unit und wir sind ja regelmäßig, um für euch Musik zu machen. Wenn man Lust hat, bevor das so weit ist, sehr gerne. Ich meine, ihr müsst ja sowieso bald aufstehen. Ich meine, man kann ja vor der Pause ein bisschen tanzen und dann kann man nach der Pause vielleicht mehr tanzen. Also ich zähle einfach zu vier und dann machen wir das alle. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das. Ja, das ist die Zeit, ihr. Ja, das ist die Weise. Ja, ich mache das. 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 Musik Das war's. 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 Das war's.